hallo und zurück zu batman arkham knight so nach langem suchen habe ich jetzt endlich ein weg gefunden glaube ich und zwar hier wo die andere vermisste person war habe ich hier im boden entdeckt wenn die explosiv gel legen kann dann zünden kann und hier ist jetzt ein gang aufgegangen jetzt schauen wir mal rein geht es jetzt hier wirklich weiter nutzen wir das gleich mal ok da draußen müssen so badmobile irgendwo stehen hier kann man auch exklusiv gel nutzen mal so was gibt es hier noch schönes warning irgendwas sein wenn schon badmobile fernsteuerung aussehen dann geht's Ah, okay Okay, jetzt irgend so ein Gas Freigesetzt, glaube ich Hier durch, schauen wir mal, was es hier gibt Ah, okay Dritte Tote So, schauen wir weiter Hier müsste, glaube ich, noch Einer müsste noch da sein Genau, sind wir eh schon auf dem richtigen Weg Dann geht es ziemlich weit runter, gell? An alle Burgen Einheiten Founders Island ist unter Kontrolle Wachtürme und Chatpoint Malerweise macht das Batman X Wenn ich den Arbeiter erreichen will Muss ich den Aufzug irgendwie bewegen Okay Das könnte man doch vielleicht mit dem Badmobil machen Ah, okay Alles klar Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht Ja, weil ich das stehe wahrscheinlich, oder? So, kann ich jetzt hier rein, oder was? Ah, na, okay Verstehe Zum, 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 zum Abl Antonio Au die Füße Auf die Füße Papa ist da Feinde zu betäuben, oder Kampus 3 gegen 6 zu Fall zu bringen Okay, außer Funktion L2 plus R2 werfen So, kann ich hier rein jetzt Okay, alles Gute kommt von oben würde ich sagen Der hat aber ganz schön Kraft Dann schnell mal das Gitter da wegreißt So, wo geht es jetzt hier weiter? Gar nicht Angst, Multi ausschalten Mein Rücken bringt mich um So, komm, 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 komm Mei, die halten ganz schön viel aus Heftig Oh, ne, scheiß Schwert weg Brems Okay, glaube ich nochmal befreit Scarecrow Ich hab gesehen, was es mit den Leuten anstellt Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos Das lasse ich nicht zu Warten Sie beim Batmobil, ich bringe Sie hier raus Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet Ich komm zu dir Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer Sobald die Techniker sicher sind, schnapp ich ihn mir Ist das so schlimm, wie es klingt? Schlimmer Aber ich stoppe ihn Du hast mein Wort Papa ist doch da Okay, beim Stufenaufstieg Wir werden mal schauen Ich würde gerne noch weiter in den Bat-Suite Investieren Erhöht den Widerstand des Bat-Suite gegen Schusswaffen Genau, machen wir das mal Alles klar Nur schauen wir mal jetzt hin müssen Schauen wir mal schnell auf die Karte Man sieht jetzt hier aber nix Warte, habt ihr hier Rettet den vermissten Arbeiter Okay, dann muss ich wahrscheinlich jetzt zum Batmobil zurück Sobald ich den hier rausholen kann Denken wir mit dem Fahrstuhl jetzt nach oben zu fahren Also dass man den Batmobil hochziehen muss So, zack Ah, genau Alles klar Nein, wir stecken gar nicht fest Ich kann zaubern War heute jetzt gerettet oder nicht? Komm Bitte nicht abstürzen Oh, Kampfhubschrauber Alfred Hab ich gesehen, Sir Erstes Gelds liegen nahe Dass das Fahrzeug unbemannt ist Und ferngesteuert wird Waffensicherung deaktiviert Ja, komm schon, du Held Sehen wir doch mal, ob du mithalten kannst Kein Problem, Baby Komm her, Baby Woah Ich bin schon, Sponsor Komm schon, hit mir Woah, woah, woah Was ist los? Werden deine Reaktionen langsamer? Vielleicht solltest du einfach aufgeben Alter Du hast dein Biss noch nicht verloren Gut Das macht die Sache doch sehr viel interessanter Oh, der Ding ist ja im Arsch Ich stehe jetzt Panzer hier Das müssen wir erledigen Oh Alles klar Sieh mich an, wenn du stirbst, Batman Sieh mich an Du siehst jetzt mich gleich an Du Vieh Okay, die Panzer sind ja eigentlich ziemlich leicht Das ist der Helikopter, der war jetzt ein bisschen Aber den werden wir jetzt in der nächsten Runde wegmachen Alfred Habe ich gesehen, Sir Erstes Kennzigen A, dass das Fahrzeug unvermannt ist und ferngesteuert wird Waffensicherung deaktiviert Na komm schon, du Held Seh mir doch mal, ob du mithalten kannst Also, ich bin jetzt in der nächsten Runde wegmachen Ich bin ja auch 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 Richtig Kamm! Ich kann den Angriff zum Schrauber beobachten und das Weltmobil ausschalten. Du hast dein Biss noch nicht verloren! Gut, das macht die Sache noch sehr viel interessanter. Was ist los, werden deine Reaktionen langsamer? Vielleicht solltest du einfach anfangen. Wer hat denn der noch, der Typ? Ah, okay. Du hast geschossen. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Boah. Okay, gleich nochmal probieren. Dann ist er einfach. So hätte es nicht enden sollen, Batman. Ich hatte gehofft, du würdest dich mehr wehren. Das ist ein bisschen langsam, irgendwie, das Weltmobil noch. Muss mal schauen, dass ich ihn vielleicht gleich auf den Hubschrauber gehe. Na jetzt aber, komm her. Alfred. Habe ich gesehen, Sir. Hier ist es gänzigen nahe, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Sieh mir, ob alle Automobilzeiten kannst! Du hast dein Biss noch nicht verloren! Gut. Das macht die Sache doch sehr viel interessanter. Ah, scheiß Vieh. Hast du das gespürt? Haha, das ist nur der erste von Vieh. Komm schon, biete mir einen richtigen Kampf! So, jetzt komm her, Bibi. Jetzt pop mal dran. Du hast geschossen! Ich wünschte, ich könnte... Boom! Dann würdest du dich mal zurücknehmen. Du hast noch nicht gewonnen! Heute Nacht! Verzeih... Naja. Komm. Geh holen. Oracle. Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor. Ich brauche einen Weg rein. Und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Ich finde ihn, Barbara. Geduld ist eine Tugend. Schon mal gehört, oder? Anscheinend nicht. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir im Schätzen rauskommen. Da glaube ich, komme ich ja nicht rüber, oder? Ich hoffe, ob es noch einen anderen Weg gibt. Das ist natürlich nicht voraant. Da können wir mal sehen. Und dann muss ich aber bei mir versuchen, es geht's. ich glaube ich irgendwie hier rein oder muss ich ja warte mal ok verstehe hat verstanden so aufzug an hoch hier und dann jetzt weiter ok so 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 Und weiter. Jihah. Und somit sind wir schon wieder am Ende der Folge. Diese beiden hatten Glück. Scarecrow's Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mist, Kerle. Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim. Die Miliz ist überall in Gotham. Was willst du machen? Ich werde Crane zeigen, was passiert, wenn er sich mit meiner Stadt anlegt. Genau, ich würde sagen, das zeigen wir Ihnen aber erst in der nächsten Folge dann. Bis dann da weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Andi.